hallo meine lieben ich bin es wieder steffi oder auch devilie crochet schön dass ihr eingeschaltet habt ein ganz herzliches hallo an alle alten abonnenten an meine neuen abonnenten und an die die jetzt gerade reingeschaltet haben aber mich noch nicht abonniert haben vielleicht abonniert ihr mich ja ja ihr seid auf meinem handarbeits podcast gelandet hier geht es um häkeln stricken spinnen nähen und all die kleinen süßen dinge drumherum wie ihr hört ich bin gesundheitlich immer noch oder schon wieder angeschlagen gestern dachte ich hätte soweit alles hinter mir und über nacht kam dann der schnupfen zurück ja das ist jetzt ja schon der dritte versuch das video aufzunehmen beim ersten versuch hatte ich das gefühl die kamera wäre dreckig beim zweiten versuch war die kamera komplett schräg und beim versuch sie gerade zu richten habe ich die kamera umgehauen oder das handy besser gesagt mit stativ und jetzt alle guten dinge sind drei gucken wir mal wie es wird ja ich kann euch noch gar keine prognose sagen ob es ein langes oder ein kurzes video wird weil ich nicht einschätzen kann wie viel das jetzt im endeffekt ist was ich euch zeige aber erstmal muss ich ein schlückchen trinken weil meine stimme nämlich sich so langsam verabschiedet anscheinend heute gibt es wieder kaffee aus meiner alison wunderland tasse mit meinem super süßen löffel ein kleiner lebkuchen man ja ich wollte gingerbread man sagen aber was mir aufgefallen ist ich mache das was ich früher eigentlich nie wollte was ich früher immer bei meinen älteren cousins und cousinen bemängelt habe dass sie so viel dinge sprechen also deutsch und englisch mischen und ich versuche jetzt mal ein bisschen darauf zu achten im alltag ein bisschen mehr wirklich deutsch zu reden einfach damit meine söhne auch mit deutsch aufwachsen und nicht mit so einem mischmasch also lebkuchenmännchen es ist ja durch meinen job schon so dass ich teilweise die deutschen wörter gar nicht mehr kenne weil ich nur noch die englischen im kopf habe ja wo wir bei englisch waren dankeschön für eure nachrichten bezüglich meinem kleinen mich aufregend über das falsch aussprechen also es scheint einige zu stören unter euch wenn die sachen also wörter so extrem falsch ausgesprochen werden das hätte ich gar nicht gedacht dass nicht nur ich da so pedantisch bin und ich wurde auch unter dem video darauf aufmerksam gemacht das ist mir wirklich auch noch aufgefallen dass ich ja die sogenannten tötzi söckchen gestrickt habe das sind natürlich keine tötzis das sind wahrscheinlich auch tötzis aber irgendwie mir hat die mal jemand empfohlen per sprachnachricht und da wurden so tötzi genannt ich glaube der name von der designerin hörte sich jetzt auch nicht so unbedingt englischsprachig an und da habe ich einfach als tötzi ja nee fand ich fand ich klasse dass ich das echt so falsch ausgesprochen habe und dann ist mir selber noch aufgefallen ich habe ja immer gesagt dass ich den flachs gestrickt habe oder den flachs light das ist glaube ich auch eher der flex oder kommt es darauf an ob man in amerika ist oder in großbritannien ich komme auch total durcheinander weil gesprochenes englisch haben wir auf arbeit amerikanisches also wir haben aber von allen küsten nord und süden westen von allen ecken haben wir kollegen und geschrieben wird aber eigentlich oder sollte bis vor ich glaube bis vor zwei jahren oder so hatten wir das britische englisch und mein business englisch habe ich auch bei einer holländerin gelernt ja soviel dazu ich will mich auch gar nicht weiter darüber darüber aufregen das war ich war auch ein bisschen auf falschem fuß glaube ich letzte woche mich stört es immer noch wenn es falsch ausgesprochen wird aber normalerweise rege ich mich da glaube ich nicht so drüber auf ja genau dann fangen wir mal mit dem an weshalb ihr eigentlich hier seid ich muss schon wieder einen schluck trinken ich trinke übrigens kaffee oder ein ich weiß nicht ob man es latte macchiato nennt wenn man 50 50 hat 100 milliliter kaffee 100 milliliter milch aber die milch ist eine was habe ich heute mandel mich man will nicht also keine kuhmilch ich gewöhne mir das gerade ein bisschen an gerade bei kaffee und so auf mich zu verzichten vorrangig weil mir die kleinen kälbchen und kühe und so leid tun aber ich merke auch dass es mir einfach besser geht wenn ich ein bisschen weniger milchprodukte zu mir nehme alleine schon wegen meiner leichten laktoseintoleranz aber ich achte da jetzt nicht stark drauf mir schmecken puddings mit und ohne kuhmilch mit laktose ohne laktose mit mandelmilch mit cashewmilch kokosmilch ist so eine sache habe ich auch probiert im kaffee da muss man bock drauf haben das schmeckt halt ist jetzt man sich kokosirup reingekippt und soja milch mag ich gar nicht habe vier oder fünf verschiedene sorten ausprobiert und bisher hat mir noch keine geschmeckt so aber jetzt kommen wir zu dem weshalb ihr eigentlich da seid ich habe euch ein paar fertige sachen zu zeigen ich habe euch fortschritte zu zeigen und ich habe euch neu eingezogenes bei mir zu zeigen und ich habe etwas für eins meiner nächsten projekte gefärbt was aber auch mit dem neu bei mir eingezogenen sachen zusammenhängt als erstes habe ich fertig die märzsocken der willis sox kalt 2009 10 mit dem muster ich glaube briaga war das ne ja da war ich beim letzten mal hatte ich eine socke fertig und bei der zweiten socke war ich hier kurz hinter der ferse und habe ich da ist alles noch dran gestrickt genau das ist eine größe 28 29 es sollte ja eigentlich eher 27 28 werden aber jetzt sind sie noch da also sitzen sie etwas lockerer am fuß von meinem großen sohn aber der freut sich schon drauf jetzt kann ich dann oder mache ich dann noch die anti rutsch stopper drunter und dann kann er die anziehen da freut er sich schon sockenbrett für die die es nicht wissen oder nicht mehr wissen hat mir ja mein papa gemacht ausgeschnitten glatt geschliffen eingeült da habe ich ja ein komplettes set von größe ab drei monate bis 47 45 46 47 irgendwie so rum gestrickt habe ich die auf oder mit 2,5 war die crazy trios nadeln und meiner socken wolle in der farbe grün schnabel und man sieht es wahrscheinlich nicht so ganz die glitzert in gold ja das ist 75 prozent schuhr wolle 20 prozent polyamid und 5 prozent stelina stelina naja glitzer faden genau aktuell habe ich noch zwei färbungen zwei stränge oder drei stränge aber nicht in dieser färbung sondern ich glaube viola und pinkie glaube ich ja aus dem shop alles was ich so unter der woche schon mal rein geladen hatte was ich euch jetzt auch nicht mehr zeigen kann ist weg ich habe keine bilder gemacht der shop wurde also da wurde ist gut was weggegangen da möchte ich mich auch bei euch bedanken ja fürs fleißige einkaufen genau was wollte ich sagen machen wir weiter mit etwas was ich fertig habe was ich euch aber noch nicht gezeigt haben erst mal sage ich noch was vom socks karl für die die es nicht wissen ich habe auch eine ravelry group der hashtag ist devilies socks karl 2019 findet ihr aber alles in der video beschreibung sobald ich dazu gekommen bin die auszufüllen nach dem upload und wir stricken dieses jahr zusammen socken ich ziehe in jedem monat ein monatsmuster und das stricken wir dann es ist aber absolut keine verpflichtung jeden monat mit zu stricken das muster muss nicht in diesem monat fertig werden es gibt auch welche die mir schon gesagt haben sie fangen dem nächsten mit dem monatsmuster februar an und stricken das alles gar kein thema ich würde mich freuen wenn ihr mich verlinkt auf instagram und ja wenn ihr vielleicht auf der ravelry seid meine gruppe kommt und da eure sachen postet ja das wird mich freuen uns auch keine pflicht mit meiner wolle zu stricken ihr könnt dann nehmen was ihr wollt wir haben auch einen ganz netten austausch in der gruppe helfen uns da und es sind alles kostenlose anleitung von rubbery und ich habe auch schon das muster für den monat april gezogen und das sind die stars hollow socks ich kann euch jetzt nicht sagen von wem weil ich mir das nicht herausgeschrieben habe mein anderes handy auch dahin liegt aber es sind auf jeden fall die stars hollow socks und da freue ich mich schon extrem drauf die zu stricken und die sehen echt cool aus und ich werde die aus diesem garn hier stricken das ist ganz normale socken wolle 75 schuhe wolle 25 polyacryl handgefärbt aber nicht von mir sondern von der lieben franzi der volzombie also dem volzombie das ist eine special färbung die sie für mich gemacht hat und die heißt syphilis ich rede gleich weiter so da bin ich wieder ich musste mir mal die nase putzen und ich mache das nicht so gerne vor der zeit vor der zeitung vor der kamera wie gesagt das ist die färbung syphilis die gibt so nicht im shop zu kaufen das war eine special färbung für mich ich habe auch noch eine färbung die heißt chlamydien und für alle die das nicht mitverfolgt haben das hatte ich schon im video erzählt was ich in koblenz gedreht habe bei meiner tante das ist so ein kleiner gag gewesen zwischen uns ich habe sie gefragt ob sie mir das stricken kann weil meine schwiegermutter immer fragt was wir uns aus dem urlaub mitgebracht haben und wir mal getroffen haben und ich hab ihr dann ich habe das auch wirklich gemacht und sie hat auch so reagiert wie ich mir vorgestellt habe ich habe dann erzählt ich hätte mich mit franzi getroffen und wäre zurückgekommen mit syphilis und chlamydien die hätte ich von ihr bekommen ja ich hab einen komischen humor aber das musste einfach sein ja aus denen schlage ich dann demnächst die stars hollow socks an es ist auch ab dem moment wo ich das muster sozusagen gezogen habe dürft ihr die definitiv anschlagen ihr müsst dann nicht bis zum ersten april oder ersten mai oder ersten juni oder so warten ja was ich noch ganz interessant jetzt finde ist also neben natürlich eure socken sehen ich weiß ja was noch für andere muster drin sind und das kann man ja auch robbery in meiner gruppe auch nachgucken habe ich dir alle aufgelistet es sind sehr sehr viele eher kompliziert aussehende muster noch mit drin also die die eisprinzessin oder der firestarter in four languages oder die haus martell socks und haus baratheon ist glaube ich auch dabei also das eigentlich ist vor allem die eisprinzessin die ist komplett mit zöpfen und allem schnicki schnacki also wunderschön aber wenn die irgendwann eventuell dran kommt hui also sind mehr muster als jetzt noch monate übrig sind ja also da bin ich schon gespannt ich glaube die ganzen eher einfachen muster die schlichten sind jetzt glaube ich dann mit den stars hollow socks fast weg also gut die müssen jetzt nicht schwer sein die anderen muster aber da ist halt da sind dann halt verkreuzungen oder irgendwelche anderen muster mit eingestrickt das ist kein zweifarb ich alles immer einfarbig aber die sehen halt nach mehr aus die sind deutlich auffälliger sage ich mal so und ich freue mich aber auch auf die anderen muster total ich versuche hier immer mal so ein bisschen umzuschichten damit ich mich hier nicht wieder komplett zu baue weil ich glaube ich muss auch bald wieder mein fuß bewegen ist nämlich wieder kurz vorm einschlafen ich habe mir gerade auch in der pause wo ich mir die nase geputzt habe nasentropfen reingemacht und ich muss ja sagen vielleicht ein tipp an alle die auch empfindliche nasen haben ich nutze nicht die nasentropfen oder das nasenspray für erwachsene sondern für kinder wenn ich ganz dollen schnupfen habe wo ich öfter nasentropfen brauche oder wo ich schon einschätzen kann dass ich die über einen längeren zeitraum brauche dann nehme ich nasentropfen für säuglinge und wenn es so normal ist wo ich weiß ich habe vielleicht nur ein zwei tage wo ich ein zwei mal am tag einen tropfen pro nasenloch geben muss dann nehme ich die für für kinder die halten auch ein bisschen länger weil die ein bisschen stärker dosiert sind die sind aber nicht so extrem dosiert wie die für erwachsenen wirken aber genauso gut und ich habe da nicht so dieses diese angst dass man dass ich abhängig davon werde und vor allem mir ist eben auch wieder was in den rachen gelaufen weil der hat eine tropfen durch meine nase einmal durch ist bei erwachsenen tropfen brennt mir der rachen total das tut es jetzt mit den kindertropfen nicht und ich kriege auch nicht so schnell kopfschmerzen von den kindertropfen nur so als tipp wer eine empfindliche nase hat oder empfindliche auf so sachen reagiert und deshalb auf die hammer aus der apotheke für die erwachsenen verzichtet holt euch einfach mal die für kinder mal so als tipp so dann zeige ich euch etwas was ich eben schon mal wollte was ich angeschlagen habe und fertig gemacht habe und was ihr noch gar nicht gesehen habt ihr kennt ja glaube ich noch jetzt mal gucken ja das kleine dreckige re also es ist schon ich weiß nicht ob ihr es in der kamera seht aber das muss jetzt wieder in die waschmaschine das wird durch gewaschen ich weiß dass bei normaler wäsche mit rein also ich mache da kein wollwaschprogramm oder handwäsche oder sowas kommt bei normaler wäsche rein das ist das kleine von meinem kleinen sohn das reh und eine freundin von mir hat sich auch eins gewünscht was sie verschenken möchte zur geburt eines anderen kleinen erdenbürgers und sie wollte die gleichen farben haben ungefähr und das ist ein farbverlaufsgarn deshalb ist es nicht 100 prozent identisch und da ist es ich habe auch die augen ein bisschen weiter auseinandergesetzt und ein anderes garn für die nase benutzt und die rasseln beide das hier rasselt nicht so doll da habe ich eine kleine rassel drin und hier habe ich ein größeres rasselmodul mit rein gemacht was auch mit gewaschen werden kann ja von hinten so die sind gehekelt nach einer anleitung von fuchs geschwister und die dürfen verkauft werden man wird aber darauf hingewiesen von der natalia könig das ist die damen hinter fuchs geschwister dass man wenn man die verkaufen will bitte darauf achtet dass man sie ce testet ja aber ich bin so verliebt und jetzt das hat der nitikus marco ja schon in seinem letzten video erzählt ich habe es auch schon mal kurz erwähnt als ich meine neue baumwolle gezeigt hatte es ist das eingetreten was ich ja schon von anfang an auch gedacht hatte nämlich dass die katania uni auch für spielzeuge geeignet ist sie hatten ja nur aus kostengründen auf zwei tests verzichtet weil die ziemlich teuer sind auf verhaltenen magensäure und auf zwei schwermetalle und die test hat katania jetzt ein also hat schachemeyer eingeführt für seine katania und jetzt darf man die auch ruhigen gewissens benutzen konnte man vorher auch ganz ehrlich baumwolle hier in deutschland aber da freue ich mich auch tierisch drauf das ist eine erleichterung für für alle die oder für sehr sehr viele die gewerblich häkeln gewerblich tierchen machen und von katania umstellen mussten und nie so richtig glücklich waren weil die farbpalette bei anderen anbietern eben nicht so groß ist und es auch nicht so viele anbieter gibt aber ja ich finde es richtig richtig klasse und ich rede wie gesagt nur von den gewerblichen anbietern was ihr privat macht oder was die oma dem enkelkind häkelt so what da nur noch mal der hinweis zieht ordentlich an den sachen die ihr festnäht guckt dass ihr sicherheitsaugen nutzt wenn ihr das nicht aufsteckt und wenn das alles in ordnung ist gibt es den kindern die freuen sich immer ja ach ich finde die rehe so süß und die natalia die hat auch so schöne andere anleitung ich habe euch davon ja auch schon mal den ein panda bärchen gezeigt und ich will noch ein pinguin und eine katze und dackel dino habe ich euch auch schon gezeigt habe ich auch schon eingehekelt ja und ich mache das halt immer mit meiner also mit der mondial cotton soft bio 180 meter auf 50 gramm weil die auch schöne farben hat die ist schön weich da ist die katania finde ich ein bisschen starr und die tierchen werden ein bisschen kleiner die katania hat ja 125 meter auf 50 gramm also wer kleinere tierchen haben will als er sie mit katania bekommt der kann gut zur mondial greifen ja und für größere halt auch die katania aber ich finde die größe gerade richtig für so kleine kinderhinde also mein sohn liebt sein reh auch abgöttisch und das gute ist ich muss auch nicht aufpassen wer welches reh hat weil ich habe ja eben hier die augen ein bisschen weit auseinander gemacht und hier ist eine dunklere nase drin und ich habe es auch fotografiert ich weiß auch wo die flecken sind ich muss ganz ehrlich sagen ich habe sie zur sicherheit wirklich von vorne und von hinten auch fotografiert damit ich wenn das gewaschen ist sieht es ja auch wieder aus wie neu die nicht verwechsel ja mein häkelmojo war dann aber auch wieder weg ich habe also immer noch nicht am projekt was hier drin schlummert weiter gehäkelt das ist ja oder das soll ja das kleine süße alpaka werden alicia alpaca ja mal gucken da muss ich auch irgendwann mal weiterhäkeln immer mal ein bisschen es ist halt es macht halt nicht sonst spaß mit dieser wolle die strickt sich tatsächlich deutlich besser als sie zu häkeln ist apropos stricken ich hatte mir auch ein buch ausgeliehen aus der bibliothek erdmännchen stricken meine schwiegermutter ist totaler erdmännchen fan und ich kann das hier erzählen weil die gucken meine videos nicht ich glaube die weiß nicht mal wie man bei youtube reinkommt die ist totaler erdmännchen fan und eigentlich würde ich gerne dieses jahr auch ein erdmännchen stricken jetzt hat die am 30 juni geburtstag ich weiß nicht ob ich bis dahin schaffe ich habe die wolle habe ich schon gekauft da werde ich wahrscheinlich meine mondial unten faden von so einer mohair wolle zusammenlaufen lassen weil nur mit der mohair wolle ist mir ein bisschen zu dünn aber die sollen ja so ein bisschen und flauschi effekt haben ja nur mal so fand ich ganz cool dass es da ein buch gibt erdmännchen stricken so dann kann ich euch noch drei fortschritte zeigen aber erstmal trinke ich einen schluck ich weiß ich hüpfe hier schon wieder hin und her und her und her und hin kommt von wie sagt andrea immer von kuchen backen auf arsch backen kaffee wird auch langsam kalt dann schmeckt da nicht mehr so gut und das erste was ich euch zeigen will da bin ich ein bisschen hängig hinterher und zwar ist das meine restedecke aus sockenwollresten die cozy memory blanket da bin ich beim quadrat von vorgestern gerade aber fangen wir mal an ich habe letzte woche donnerstag aufgenommen und habe nach dem podcast das donnerstags quadrat dran gestrickt unter dem kabel durch nicht dass wie letzte woche wieder das gesamte setting hier umgerissen wird das ist donnerstag das ist freitag das ist samstag das ist sonntag montag und wie gesagt am dienstags quadrat stricke ich gerade das ist auch das einzige quadrat wo ich weiß von wem die wolle jetzt ist und zwar von andrea von knitting fairy und warum weiß ich das in der wäsche ich habe nämlich socken aus dieser wolle bekommen das war eine färbung von der kleinen wollfabrik die wir beide in der hand hatten auf dem auf der kreativmesse in koblenz und es war ein strang und wir beide fanden den toll und damit ich nicht so viel geld ausgebe habe ich gesagt andrea dann kauf du ihn dann hat sie mir socken draus gestrickt das fand ich richtig genial also so würde ich echt stränge die ich gerne habe an jedem von euch abtreten wenn ihr die kauft und mir socken daraus streckt habe ich ja da ist ja halt diese socken wolle die so glitzert in den grünen blautönen die ich wunder wunder wunderschön finde diese färbung und dann hatte sie farblich abgesetzt in einem semi solid grün was hierzu passte die spitze bündchen und ferse ja also meine restedecke wächst und wie gesagt ich will ja für den monat märz 31 quadrate dran stricken das hat die tina ja auch in ihrem podcast schon erwähnt dass ich das möchte ich bin ja auch soweit ganz gut dabei ich will ja nicht jeden tag einstricken sondern insgesamt dann 31 haben ich habe glaube ich auch am montag drei quadrate oder so dran gestrickt und ja das sind dann die socken wollen die ich noch für diesen monat habe finde ich auch eigentlich ganz cool erst mal das glas also das ist ein plastik glas so voll dass man gar nicht mehr jetzt hat mein sohn mir hier ein aufkleber dran geklebt dass man das kaum zu bekommen hat und jetzt liegen hier nur noch so ein paar kleine wölchen drin ein paar kleine strenge ich habe aber noch socken wollen ich hatte hatte nur 31 blind da rausgezogen auf meinen resten und habt ihr ins glas geschmissen ja ich möchte nämlich die decke vorantreiben im nächsten monat werde ich das nicht so krass sehen ich denke da werde ich mir vielleicht vornehmen 15 quadrate sie für jeden zweiten tag ein quadrat und das sollte auch machbar sein und dann geht die decke ja auch voran stricken tue ich die wie gesagt aus fingering resten das meiste socken wolle sein sowohl industriell gefärbt als auch handgefährt auf 3,0 chiagunadeln mit festen seil ich glaube das ist ein 80er seil und ich schlage immer 49 maschen an habe die erste reihe immer in einem grau habe ein double center decrease also eine doppelte mittelabnahme die wird glatt rechts gestrickt in der rückrunde und die der rest kraus rechts dadurch ergibt sich hier diese schöne mittelnaht die hier rauskommt ja dann kann ich auch die progress keeper sozusagen raus machen ich pack mir die nämlich immer in jedes neue quadrat rein damit ich weiß was ich euch zeigen kann und nicht immer in meine videos gucken muss in die letzten um zu gucken welche quadrate waren beim letzten mal und welche sind neu dazugekommen denn ich habe es ja leider nicht so wie viele der anderen die die decke stricken dass ich gerade kanten habe nein ich habe mir eine version ausgesucht wo ich die schräg rein stricken also wenn ich noch mal so eine decke mache werde ich das definitiv nicht noch mal so machen ich finde sie schön ich mache es so auch fertig aber ich würde dann entweder eine andere cozy memory blanket machen so wie die tina sie wahrscheinlich macht und auch einige andere die masche für masche sind die macht die also häkelt die tunesisch aber die häkelt auch die direkt dran damit eine gerade kante entsteht habe ich noch ein vergessen und bei mir ist das ja es hat daher gesehen ich strick die immer hier in die zwischenräume und habe dadurch keine geraden kanten sondern meine decke geht ja auch an der seite jetzt so schräg hoch unten habe ich schon mit halben dreiecken die gesquared also die viereckig oder gerade gemacht und jetzt kommen hier dann an die seite auch halbe dreiecke und dann wird das alles wieder aufgefüllt aber momentan stricke ich einfach immer nur in die zwischenräume bis ich dann oben nur noch eins habe und dann kommen an die seite auch die halben dreiecke und dann werden die seiten aufgefüllt ja 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 so kann ich dir jetzt auch hier auf dem fußboden legen muss ja aufpassen ich habe mich hier so eingerollt mit wolle die hier irgendwie an der decke hängt die gar nicht zur decke gehört ich habe nämlich gestern hier wolle auf der couch ausgekippt weil ich verzweifelt mein knäuel gesucht habe für das projekt was ich euch als letztes dann gleich zeigen werde erstmal kommt noch ein anderes und zwar habe ich weiter gestrickt am sunset highway sweater von caitlin hunter das ist eine kaufanleitung auf robbery und das ist mein derzeitiges unterwegs projekt weil ich ja die socken fertig habe und noch keine neuen angeschlagen habe und hier geht es gerade also ich bin im glatt rechts teil und so viel habe ich da schon die jay von jaylens nadeltanz streckt ihn ja auch auch in ähnlichen farben wie ich nur hat sie hier unten ein semi solides pink ich habe es ja nicht ich habe ja damit grün noch drin und beim letzten mal war ich hier und das kam jetzt dran das war jetzt die letzten zwei drei tage mein mitnahmeprojekt sind halt große runden da schafft man dann auf der zugfahrt nicht so viel oder auf der bahnfahrt aber er wächst die instagram user hatten ja abgestimmt und der hatte die wenigsten kommentare oder likes bekommen zum weiter stricken ja die zweitmeisten kommen oder likes hatte ja mein hatten ja meine colorwork handschuhe die habe ich aber überhaupt nicht angefasst muss ich demnächst mal machen auch wartet man mir irgendwas von meiner wimperntusche ins auge gebrückelt ich stricke den auf 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 3,5er higher higher sharps mit wolle von ponderosa das ist die ganz normale socken wolle von ponderosa also 25 polyamid 75 schuhr wolle das war die ist glaube ich die günstigste base die sie haben würde ich jetzt nicht für einen schal benutzen für mich aber so geht es also ich denke dass das auch am hals funktionieren wird also sie ist jetzt nicht extrem kratzig oder so das ist was im ersten moment wird es mich vielleicht ein bisschen jucken am hals aber dann wird es auch gut sein er sieht ziemlich klein aus er passt mir aber ich habe ihn ja angezogen der zieht sich ja noch ein bisschen der wird auch noch größer werden beim waschen denke ich ich bin gerade auch gut dabei abzunehmen habe schon fast zwei kilo geschafft bin jetzt also fast wieder auf dem gewicht dass ich nach der entbindung hatte mein eigentliches startgewicht zum abnehmen aber ja wenn man immer um sich herum futtert hatte man ja im letzten video schon aber es funktioniert ganz gut auf süßigkeiten und so krams zu verzichten und dann gehen diese zu vielen kilos ja wie man sieht schnell runter der zieht sich also der wird beim waschen noch größer und wenn er mir dann noch zu klein sein sollte was ich aber nicht glaube ich kann ihn ja jetzt auch anziehen also er passt ja perfekt hat nur kleine hobbel hier oben an den seiten wo ich aber ausprobiert habe wenn dann ärmel dran sind ziehen die sich glatt sollte er mir dann trotzdem zu klein zu eng zu was weiß ich sein bekommt meine kleine schwester denen ist ja deutlich schlanker ja aber ich wie gesagt ich hatte ihn an als ich zur runde geschlossen habe und da hat er gepasst das einzige was sein könnte ist dass er mir zu eng anliegt so lange wie ich noch mein wohlstandsbäuchlein mit mir rumschleppe aber auch das werden wir dann hinbekommen jetzt weiß ich gar nicht ob meine kamera zwischendurch schon umgeschaltet hat oder ob sie das noch tut da habe ich jetzt nicht drauf geachtet na egal wir lassen mal weiterlaufen macht ja dann eh zwei dateien dann fehlen vielleicht nur ein paar wörter oder buchstaben ich kann euch nicht sagen wie die petrolfarbene wolle heißt ich weiß nicht ob das die blaue stunde war oder ob ich das jetzt verwechselt das grün gemuschelte hier ist rauchzeichen in grün das was ich hier drin benutze also das lila grün ist die pflaumen ernte und das ist steinweißer vom steinweißer habe ich auch drei stränge ich bin aber momentan noch am ersten strang ja und den stricke ich so vor mich hin immer mal zwischendurch der wird jetzt dann wahrscheinlich auch wieder zum erliegen kommen wenn ich dann die stars hollow socks angeschlagen habe da haben auch schon ganz viele rückmeldung gegeben per direct message bei whatsapp per e mail und auch per whatsapp nachricht habe ich direct message bei whatsapp gesagt aber instagram egal ihr wisst was ich meine dass die sich schon total darauf freuen auf das muster ja und dann kommen wir jetzt zum letzten fortschritt den ich euch zeigen kann und zwar bei dem projekt was meine instagram follower ausgesucht haben als sollte als nächstes fertig werden groß oder großprojekt das als nächstes fertig werden sollte jetzt wird der ein oder andere sagen oder die ein oder andere standen noch zur auswahl der sunset highway sweater die colorwork handschuhe und die tuniker wir oder wiche handschuhe sind doch kein großprojekt doch colorwork anschuhe sind ein großprojekt die tina von elfenwolle hat mich ja total eigentlich angefixt mal wieder an meinen handschuhen weiter zu stricken aber ich konnte sie nicht finden ich weiß jetzt wo sie sind ich habe sie gestern wieder gefunden das war eine projekttasche die ich komplett übersehen habe ich habe zwei projekttaschen gestern übersehen da war ich dann froh dass ich eben die colorwork handschuhe wieder gefunden habe vielleicht stricke ich da jetzt demnächst auch wieder dran ich weiß dass ich die wahrscheinlich diesen winter nicht mehr brauche sondern erst für den nächsten winter aber wenn ich die jetzt so lange liegen lasse bis herbst diesen jahres glaube ich dann wird mein strickbild so komplett anders sein wieder oder sich verändert haben dass ich die dann eher wieder aufmachen und neu beginnen muss und habe ich auch kennenzulernen kommen wir also zu dem projekt was gewählt wurde das als nächstes sozusagen fertig werden soll und ich würde es so 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 gerne vor leipzig fertig haben und in leipzig anziehen aber ich weiß nicht ob ich das schaffe ich habe gestern mein knäuelchen gesucht nämlich das davon habe ich vorhin schon erzählt ich hatte vollkommen diese projekttasche übersehen und habe alles hier im wo uns immer ausgekippt an projekttaschen an beuteln in denen ich hier wolle gepackt habe wo ich mir schon wolle für folgende projekte zusammen sortiert habe die tasche wo ich die wollreste reinpacken die schon in die decke verstrickt habe und ich bin verrückt geworden ich wollte nämlich das ist alles was mir noch übrig ist ich hatte ja zwei stränge a 365 meter glaube ich das ist ein single garn von nitcret wurde mir kostenfrei zur verfügung gestellt und ich dachte mir ich stricke erst mal das halsbündchen dran weil dann weiß ich wie viel wolle ich noch übrig habe für die ärmel und dann werde ich mir dieses knäuel teilen 50 prozent also 50 50 hälfte und dann schon mal die ärmel wahrscheinlich anfangen zu stricken und zu gucken wie weit ich damit komme ich habe ja gesagt entweder mache ich einen halb oder dreiviertel arm oder wenn es für den ganzen reicht mache ich im ganzen oder ich mache halb, dreiviertel, je nachdem wie weit ich komme, mache ein Bündchen und schlage unterhalb des Bündchens in der zweiten Farbe, die ich benutze, ist auch von KnitCred, das ist eine Sockenwolle, kein Single Garn, das ist Merino Nylon 80-20 mit, ich glaube 400 Metern, ob 100 Gramm und stricke damit den Ärmel weiter, damit es so aussieht, als hätte ich was darunter, denn es kommt ja hier auch schon drin vor, ihr seht, es ist ganz schön gewachsen, das letzte Mal, als ich es euch gezeigt habe, war ich hier, das kam alles dran, hier ist die Lochreihe, wo die Kordel dann eingezogen wird, ich war auch total genial, ich habe statt abzuketten, habe ich die stillgelegt gehabt, jetzt habe ich die nachträglich abgekettet und vernäht und jetzt die neuen Löcher mache ich natürlich so, wie sie in der Anleitung stehen, man sollte auch die Anleitung immer richtig lesen, ja und ich habe dann gestern Abend, nachdem ich das Knäuel gefunden habe, auch das Halsbündchen angeschlagen, äh nicht angeschlagen, ich habe es dran gestrickt, ich habe jetzt also hier oben auch meinen Abschluss, ich finde es richtig schön, ich bin auch nicht mehr auf, jetzt hat es umgebrochen, okay, also bei 40 Minuten, ich bin also nicht mehr auf Short Row Island, ich bin jetzt endlich da runter, ich habe die Short Row Section verlassen und bin jetzt im glattrechts Teil, der nur unterbrochen wird durch Zunahmen und Abketten und Neuanschlagen für diese Löcher. Ich muss glaube ich noch um die Mindestlänge der Tunika zu erreichen, die in der Anleitung angegeben ist, also ähm, von unter dem Arm bis nach unten sind es jetzt noch 15 Zentimeter und dann muss ich mal gucken, wie weit ich gehe. Das ist, ähm, wie gesagt, das erste Knäuel, was ich von dem Türkisen dran habe, von dem Grauen hatte ich schon eins und ein bisschen ähm, komplett verstrickt und ich habe noch ein zweites Knäuel in Türkis, das heißt, wenn ich nur einen halben Arm hinbekomme, würde ich wahrscheinlich hier mit verlängern, dann, das sollte reichen. Die, äh, Wier-Tunika oder Wier, 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 Wier. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, ich glaube, ähm, Google meinte, dass es wir, wir, keine Ahnung, ähm, stricke ich auf 3,5er Haie Haie Nadeln, Schar, Scharps, Scharps, ja. Ich gucke nach, ob es die Scharps sind. Ich bräuchte mir nur meinen Finger angucken, ihr seht es wahrscheinlich nicht. Aber da ist ein Loch in meinem Finger. Ich habe mir gestern Abend in einem blöden, abgelenkten Moment, als ich das Halsbündchen mit den 2,75er Scharps gestrickt habe, habe ich mir eine Nadelspitze in den Finger gerammt. Es hat auch geblutet. Und meine einzige Sorge war, dass ich vielleicht die Wolle voll geblutet haben könnte, aber es ist nichts ans, äh, Halsbündchen gekommen. Ja, es war auch das erste Mal, dass ich, äh, Maschenfellenbündchen aufgenommen habe und nachträglich dran gestrickt habe. Bisher, ähm, hab ich nur, ähm, ja, Maschen aufgenommen, hier die stillgelegt sind von Ärmeln und dann, ähm, weiter, hier welche rausgenommen und weiter gestrickt. Alle meine anderen Oberteile waren bisher, ähm, so Raglans, die direkt mit dem Bündchen oben angefangen haben. Das einzige, wo ich meine Maschen aufgenommen habe, war für den Harvest Cardigan, für die Harvest Jacke, die ich für meinen Jüngsten gestrickt habe, aus große Wolle, ähm, aus dieser dicken, äh, deutschen Merino Wolle in Knalle Grün, falls ihr euch daran erinnert. Wenn nicht, könnt ihr auch bei Instagram gucken, da hab ich auch Bilder. Und da hab ich die gar nicht, bei dem hab ich das gar nicht. Fällt mir gerade ein, beim Harvest von Tinkenitz wird die ja direkt mit dran gestrickt. Äh, das war bei meinem Cleocod Cardigan, auch von Tinkenitz, ne Kaufanleitung. Der Harvest ist ne freie Anleitung. Und der Cleocod Cardigan, ähm, das war ja mein Steaking Projekt. Und da hab ich ja auch die Blenden, ähm, nachträglich dann dran gemacht. Klar, nachdem ich's aufgeschnitten hab. Und die sind ja so ein bisschen Rüschenkante geworden. Das ist mir hier nicht passiert, weil die Franziska Matz, äh, von Knee Time, die Designerin von, äh, der Tunica, äh, hat das Verhältnis angegeben, in dem die Maschen aufgenommen werden. Also ob 1 zu 1 oder 2 zu 3 oder 4 zu 5 oder äh, äh, sonst was. Was es da so für Verhältnisse gibt. Ähm, da muss ich erst mal Andrea fragen, wie das gemeint ist, weil ich das nicht kannte. Ich wusste nicht, dass da steht, ähm, jetzt nur mal als Beispiel, die Maschen werden von der Schulternaht bis zum Frontausschnitt im Verhältnis 8 zu 10 aufgenommen. Das bedeutet, ähm, 8 Maschen aus 10 Reihen. Das ist jetzt nicht das Verhältnis, was hier in der Anleitung steht. Ähm, das war jetzt nur als Beispiel. Das wusste ich noch nicht. Hab ich auch was gelernt. Also nochmal Andrea, nettingferry1983 auf Instagram. Dankeschön, hast du mir gestern Abend echt weitergeholfen. Ja. Und wo wir gerade bei der Andrea sind, ähm, es haben sich einige bei mir gemeldet. Ich glaube, vier oder fünf waren's, die gerne beim Minikal mitstricken würden. Beim Elton von Jorge Locatelli. Und gerne. Gerne, gerne, gerne. Wir können dann auch eine kleine WhatsApp-Gruppe machen oder auf Bravery oder bei, ähm, Facebook. Da müssen wir uns dann mal abstimmen, wo es euch am liebsten wäre. Wie es euch am liebsten wäre. Den wollen wir ja, ähm, ich denke mal am Karfreitag anstricken, wenn, ähm, Andrea zu mir kommt. Sie hat nämlich gestern auch fleißig Wolle gefärbt für den Elton. Ich habe jetzt kein Bild. Äh, der Elton ist eine Strickjacke, die aus Fingering-Garn und Kit-Silk gestrickt wird. Ähm, in Streifen. Fingering-Streifen und dann Kit-Silk-Streifen und Fingering. Ich stricke ja nicht mit Kit-Silk, sondern ich benutze Baby-Alpaka-Lace. Ähm, ist auch ganz gut. In meiner Größe brauche ich zwei, zwei Knäule, zwei Knäule Fingering und, also 200 Gramm Knäule Fingering-Weight-Yarn. Ähm, ja, vierfällige Sockenwolle sozusagen. Und ein Knäule 50 Gramm vom Kit-Silk. Ich habe aber Baby-Alpaka. Das hat die gleiche Lauflänge, nämlich, ähm, 800 Meter auf 100 Gramm. Oder 400 Meter auf 50 Gramm. Und ich habe aber einen 100 Gramm Strang, ähm, mir schon vor längerer Zeit gefärbt, der mal ein Tuch werden sollte. Das wollte dann aber doch nicht. Und ja, ich stricke meine Elton. Ich habe mich jetzt umentschieden. Ich hatte ja gesagt, ich will den aus, ähm, In the Navy und dem Alpaka-Garn stricken. Den Baby-Alpaka. Das Baby-Alpaka ist geblieben in der Farbe mit den verschiedenen, ähm, Bären-Tönen. Aber ich werde meine Yuck, mein Smooth, meine Smooth Yuck-Base benutzen und die in Naturfarben, in diesem schönen Grau. Also, genau. Ja. Das ist meine Planung. Die Anleitung ist komplett ausgeschrieben. Da sind keine Charts mit drin. Das einzige Bild, was nicht ein Produktfoto sozusagen ist, ist, äh, das, wo die Maße angegeben sind für Ärmel und Abstand und keine Ahnung was. Also, wie man wo messen muss. Ich habe mir die Anleitung noch nicht großartig angeguckt. Halt nur, was ich für Garn brauche. Und ich habe auch noch keine Maschenprobe gemacht, weil irgendwie kriegt man das schon hin. Genau. Dann bin ich durch mit den Sachen, die ich euch als Fortschritt und Fertiges zeigen kann. Dann zeige ich euch jetzt noch, was neu bei mir eingezogen ist. Und was ich, äh, gefärbt habe. Was aber auch mit dem, was bei mir neu eingezogen ist, sozusagen zusammenhängt. Und zwar, Achtung, es ist ein Spoiler. Aber jetzt müssten alle schon ihre Jahnclubs haben. Deshalb blende ich das jetzt, ähm, hier nicht ein. Weil bei mir kam der am Montag schon an. Andere hatten das schon viel früher. Oder nicht viel früher, die hatten das Samstag schon. Daher denke ich, es sollte überall schon angekommen sein. Ähm, es ist der, die letzte Lieferung des YouTuber Jahnclubs. Gefärbt von Janni Pitschi. Von Strickli, Strackli, Struck. Von der Jannika. Und ich hatte ja den kompletten Jahnclub genommen. Deshalb sind es jetzt fünf Stränge in der Abschlusslieferung. Und ich muss sagen, die gefallen mir alle. Ich hätte aber bei zwei Strängen tatsächlich etwas anderes erwartet. Sie gefallen mir. Aber sie sind anders, als ich es gedacht hätte. Dann fangen wir mal direkt mit dem Strang von Janni an. Das ist der Strackli, Strackli, Strruck, Strang. Der ist schön, oder? Er ist, äh, mehr lila und weniger rot. Und dann haben wir den Strang von, äh, Nadelgeklapper. Von der Steffi. Der ist auch toll. Also, sie sind alle toll. Dann, und der erinnert mich an Ariel. Also, ich weiß, dass Janni ja auch mal einen, äh, Disney-inspirierten, ähm, Jahnclub hatte. Gut gegen böse hieß der, glaube ich. Und da war ein Strang, der hieß Ariel. Ich weiß nicht, wie der Strang aussah. Ähm, aber dieser Strang erinnert mich total an Ariel. Und den finde ich, ach, in den habe ich mich richtig verliebt. Das ist mein Lieblingsstrang aus, äh, dieser Runde des Abos. Und das ist, äh, von der lieben Sylvia von Maschenbilder. Maschenbilder von und mit Sylvia. Den finde ich richtig genial. Der ist super, super bunt. Da kommt auch noch so ein helles Grün. Aber der ist wunderschön. Und da, denke ich, mache ich ein Tuch draußen, ein Einstrang, ein Einstrang-Tuch. Ich habe mir schon verschiedene Anleitungen rausgesucht, die auch extra für, ähm, Stränge geschrieben wurden mit 365 oder 366 Meter. Weil das ist ja die Merino Sock High Twist mit 80 Merino, 20 Nylon oder 20 Polyamid. Und mit einer Lauflänge von 365 auf 100 Gramm. Ja, und dann kommen jetzt die beiden Stränge, die ich so nicht erwartet hätte. Als erstes der vom Strickmeer was, Marco. Er ist schön, keine Frage. Aber ich hätte irgendwie was mit mehr Grün oder Petrol erwartet. Er ist toll mit diesen, äh, neongrünen, ähm, Stellen. Aber ich hätte ihn irgendwie anders erwartet. Ich finde ihn trotzdem echt schön. Und, ähm, der von der lieben Michelle, vom Wolfhötchen. Der ist grau mit ganz vielen Speckles. Da hatte ich ja eher sowas erwartet, wie, ähm, der von der Maiga, von Katze und ihr Knoe. Der einsame Amethyst auf dem Meeresboden oder Boden des Sees oder... Keine Ahnung, wie der jetzt genau hieß, den ich wunderschön finde. Aber, ähm, das hatte ich nicht erwartet. Und ich dachte, es gab so einen Strang nicht schon? Ähnlich, ja. Aber nur ähnlich. Denn wenn man sie nebeneinander hält, sieht man, das ist der von Jade von Wollkunst, dass sie doch eigentlich komplett unterschiedlich sind. Der ist hell mit ganz viel, ja, ich sag mal Neon Speckles. Und der ist eher gedeckter. Genau. Und ich habe mir gedacht, ich mache mir aus... Ich muss jetzt mal kurz... Ich muss mir kurz mal die, äh, anderen Stränge hier rausholen. Aber ich kann sie euch alle ja mal zeigen, oder? Was haltet ihr davon? Genau. Das ist Aurora... Ach, nein. Gar nicht. Ich hätte mir Michelle's Strang nicht ausgedacht... Äh, nicht gedacht wie den von Maiga, sondern wie den von Wolltroll. Das ist der einsame Amethyst im See von Maiga. Ähm... Das ist Pestelicious von Heiter bis Wollig. Das ist von Elli von Verstrickt und Zugenehmt. Das ist Krümelkeks von der Sandra von Wollkekse. Das ist Julimonds Farben von, ähm... Jetzt komme ich hier nicht auf ihren Namen. Von Iris, von Julimond. Das ist wie gesagt... Ach, nicht wie gesagt. Das ist von Komme, was wolle. Der hier ist eben von Steffi. Nadelgeklapp und mehr. Der ist nicht ganz so neon, wie es hier gerade aussieht. Dann der von Strickl, die Strackl, die Struck von der lieben Janni. Dann haben wir ja hier den von, ähm... Silvia, Maschenbilder. Strick mir was, Marco. Wollpfötchen, Michelle. Und Jade, Wollkunst. So. Und ich habe schon einen Plan. Ich werde mir aus diesen, jetzt nicht aus der Reihe, nicht in der Reihenfolge, aber aus diesen vier einen gefadeten Pullover stricken. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich, äh, die... Oder ich weiß schon ungefähr, in welcher Reihenfolge ich die packen werde. Ich habe mir schon ein Foto gemacht. Äh, ich wollte sagen, ich weiß noch nicht genau, ob ich den so faded mache. So heißt auch der Pullover, ne? Ja, so faded. Oder ob ich vielleicht den Flex, äh, einfach als Fading Pullover mache. Oder ob ich ganz was anderes mache. Aber auf jeden Fall, aus diesen vier Strängen... Mach mich scharf, bitte. Und dann habe ich noch vor, habe ich euch ja auch erzählt, den Zweig von... Katelyn Hunter zu stricken. Und da habe ich mir jetzt drei Stränge gefärbt, auf meiner BFL Nylon High Twist Base. Hat die gleiche Lauflänge wie der Merino High Twist. Und zwar in der Farbe In The Navy. Und ich wollte mir Semi-Solids färben, die dunkle Stellen, sehr dunkle Stellen und sehr helle Stellen haben. Und ich habe es geschafft. Ich habe dreimal... In The Navy. Auf meiner BFL Nylon High Twist Base. Ich finde die wunderwunderschön. Und dazu möchte ich einen Strang von Janni kombinieren. Ich weiß noch nicht, welchen. Ich nehme mal zwei von den Strängen. Der von Wollkunst für den Lace-Teil. Oder der von Michelle für den Lace-Teil. Oder der von Marco für den Lace-Teil. Wird dann halt ein bisschen dunkler. Oh, da noch eine Variante. Wollkekse. Dann wird es ein ganz blauer Pullover. Auch dieser, den könnte ich mir gut vorstellen. Von Ellie. Oder etwas farbenfroher wieder. Der Pastelicious von Heiter bis Wollig. Ja. Ich weiß es noch nicht. Wenn ihr irgendwas bevorzugt, dann gebt mir gerne Bescheid. Helft mir. Und ja. Ich werde aber eben den Zweig erst anstricken. Definitiv, wenn einer der anderen beiden Pullover fertig ist. Weil der ja Elten oder die Eltenjacke wird ja eh angestrickt. Kleine Maus regt sich gerade. Das heißt, ich werde gleich hier eh aufhören müssen. Aber wir sind ja sowieso soweit durch. Das Einzige, was ich noch sagen möchte, damit es nicht wieder vergessen wird. Morgen ist wieder Stricktreffen im Galeria Kaufhof. Oben im Dinea-Restaurant. Wenn man reinkommt, rechts durchlaufen zur Fensterfront, die zum Fernsehturm und zur S-Bahn rausgeht. Und ja, da sitzen wir hinter diesem Glasverschlag meistens von den Rauchern, hinter dem Rauch-Aquarium. Ihr seid alle gerne willkommen. Es haben einige gefragt, ob sie dann auch kommen können. Natürlich, das ist ein offener Stricktreff. Ihr müsst euch auch nicht anmelden. Ihr könnt mich gerne fragen, ob der wirklich stattfindet. Kommt vorbei, habt Spaß. Zwei meiner Zuschauer kommen jetzt auch regelmäßig. Die liebe Andrea van Lampi auf Instagram und Katrin von Katrinchenhandarbeitet. Die auch mit mir nach Leipzig fährt. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, Katrin. Ich freue mich so tierisch. Wir werden so Spaß haben da. Und ja, kommt vorbei. Da gibt es immer lecker. Kuchen, Kaffee, alles. Müsst ihr natürlich bezahlen, aber so ist das in einem Restaurant oder Kaffee. Ja. Ansonsten liegt eigentlich so groß nichts an. Außer Samstag der Geburtstag von der Uroma, den ich eigentlich dachte, dass der Freitag ist, was ich voll verplant habe. Aber natürlich ist der Samstag. Und Sonntag wird dann gechillt. Und ich weiß noch nicht, ob nächste Woche ein Video kommt. Das möchte ich nochmal sagen, weil ich, wie gesagt, wahrscheinlich sehr monoton an diesem Teilchen hier stricken werde. Und wenn ich dann nur an dem Teil gestrickt habe und vielleicht das Bündchen von den Socken und zwei Quadrate an der Decke, lohnt sich nicht, das Video aufzunehmen. Aber übernächste Woche gibt es dann auf jeden Fall wieder ein Video. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Das Wetter soll ja super werden. Ich habe gerade rausgeguckt, hier ist noch grau und grau. Und ja, wir sehen uns dann spätestens in zwei Wochen wieder oder morgen auf dem Hunterweiz-Treffen ab 16 Uhr im Diné-Restaurant am Alexanderplatz. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020